Ich bin Bernd und das ist das Saxophon. Jeden Tag ein neues Saxophon-Video. Geht das überhaupt? Saxophon-Lernen, Saxophon-Technik, Saxophon-Sound. Saxophon-Akkorde, Improvisation mit dem Saxophon, das Saxophon-Putzen. Wie funktioniert das mit diesen Blättern? Atmung und Stütze und ganz viele andere Sachen zum Thema Saxophon. Wenn ihr neu seid hier auf diesem Kanal und wollt gerne alles sehen, dann könnt ihr hier anfangen. Ihr könnt den Channel hier abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues Saxophon-Video. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! X2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020